Dann rufe ich jetzt Tagesordnungspunkt 4 auf. Erste Lesung des Gesetzes der Landesregierung für ein zweites Gesetz zur Änderung des Landesblindengesetzes, Drucksache 19,4816. Das Gesetz wird vom Sozialminister eingebracht. Herr Staatsminister Göttner, bitte. Meine auch. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Das Hauptziel des zweiten Gesetzes zur Änderung des Landesblindengeldgesetzes ist die Anpassung an den ab 1. Januar 2017 im 11. Hochsozialgesetzbuch geltenden neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff und den damit verbundenen Wechsel von drei Pflegestufen in fünf Pflegegrade. Die Änderung erfolgte im Wesentlichen durch eine Anpassung der im Landesblindengeldgesetz enthaltenen Anrechnungsregeln von Pflegegeld auf das Blindengeld zur Klarstellung von Rechtssicherheit. Nach § 5 des Landesblindengeldgesetzes werden Leistungen der Pflegeversicherung bei häuslicher Pflege auf das Blindengeld angerechnet. Der Wechsel von Pflegestufen zu Pflegegraden macht die Anpassung dementsprechend erforderlich. Um bei steigendem Pflegegeld den monatlichen Zahlbetrag des Blindengeldes ungefähr identisch zu halten, müssen die prozentualen Kürzungsbeträge beim Blindengeld reduziert werden. Hierbei wurde das Augenmerk darauf gerichtet, dass es nicht zu unangemessenen Erhöhungen oder Besserstellungen kommt und der Verwaltungsaufwand bei der Umsetzung in einem vertretbaren Rahmen verbleibt. Darüber hinaus wurde in besonderem Maße darauf geachtet, dass den Blindengeldbeziehern kein finanzieller Nachteil bezogen auf die Höhe des Landesblindengeldes entsteht. Um die Leistungsempfänger ohne Zeitverlust zu informieren und ihnen ab 1. Januar 2017 die zutreffenden Beträge auf der Grundlage der aktuellen Fassung des SGB XI auszahlen zu können sowie nach Berechnungen gegebenenfalls auch Rückforderungsansprüche zu vermeiden und auch um mögliche Klageverfahren abzuwenden, wurde mit Schreiben vom 26. November 2016 gegenüber dem LWV Hessen eine Übergangsregelung zur Durchführung des Landesblindengeldgesetzes getroffen, in dem die jetzig vorgenommenen gesetzlichen Regelungen vorweggenommen wurden. Diese Anrechnung gilt auch bei der Überleitung in die Pflegegrade nach § 140 Abs. 2 SGB XI. Die Leistungsempfänger wurden seitens des LWV Hessen darüber informiert, dass die Leistungsbescheide auf dieser Grundlage vorläufig sind, da eine hessische Rechtsgrundlage noch nicht in Kraft getreten ist. Bei der Umsetzung ist es laut dem Landeswohlfahrtsverband Hessen zu keinerlei Komplikationen gekommen. Die Wiederaufnahme einer Regelung in § 2 Landesblindengeld, die durch ein Redaktionsversehen weggefallen ist, jetzt wieder berücksichtigt werden soll, bezieht sich auf eine Begründung des gewöhnlichen Aufenthaltes in einer Einrichtung. Damit erfolgt keine sonst ungebürtige Kostenbelastung des Leistungsträgers, in dessen Zuständigkeitsbereich Einrichtungen oder Bündelungen von Einrichtungen liegen. Im Geschäftsgang und im Sozialpolitischen Ausschuss, auch dahingehend besprochen, befindet sich ein weiterer Entwurf zur Änderung des Hessischen Landesblindengeldgesetzes. Dieser Entwurf, der hier vorliegt, hat eine Ausweitung des Landblindengeldes auf weitere Behindertengruppen auf besonders betroffene Blinde, wie beispielsweise die Taubblinde, nicht zum Inhalt. Die besonderen Bedürfnisse, die taubblinde Menschen im Alltag haben, werden uneingeschränkt anerkannt. Ein erforderlicher Unterstützungsansatz wird gesehen. Allerdings nicht wie in dem Gesetzentwurf, den die SPD eingebracht hat, in einer Verdoppelung des Blindengeldes, sondern ist auf Maßnahmen abzustellen, die den betroffenen Menschen direkt bei der Bewältigung des Alltags helfen. Insbesondere sind hierbei die Leistungen zur sozialen Teilhabe zu beachten, die im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes zum 1. Januar 2017 ausdrücklich geregelt worden sind. Ich erwarte eine interessante Diskussion zu den beiden Gesetzentwürfen. Herr Minister, herzlichen Dank für die Einbringung. Bevor wir in die Debatte einsteigen, weise ich noch darauf hin, dass wir zu Beginn der Mittagspause die Veranstaltung 60 Jahre römischer Verträge haben. Jetzt eröffne ich die Aussprache. Das Wort hat der Kollege Gerhard Merz, SPD. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Vortrag des Ministers war schmerzknarkellos und weitgehend zutreffend. Deswegen will ich auch hier nicht lange viele Worte machen. In der Sache, um die es in dem Gesetzentwurf der Landesregierung geht, ist alles inhaltlich gesagt. Es handelt sich im Wesentlichen um eine Anpassung des Landesrechts an neue bundesgesetzliche Regelungen, denen wir zustimmen. Es sei denn, es würden im Verlauf der weiteren parlamentarischen Beratung noch Sachverhalte bekannt, die dem entgegenstehen. Das ist im Moment nicht erkennbar. Ich würde deswegen gerne ein paar Worte auf den Gesetzentwurf der SPD verwenden, den Sie jetzt gestreift haben. Herr Minister, ich bin nicht ganz sicher, wie ich Ihre Worte dazu interpretieren soll, ob das ein Kompromissangebot oder überhaupt ein Gesprächsangebot war. Ich will nur noch einmal dafür werben. Wir haben heute viel von Respekt gesprochen und werben dafür, dass man den besonderen Bedürfnissen von Menschen mit Taubblindheit, die mehr ist, wie Kollege Roth in der ersten Lesung gesagt hat, als die bloße Addierung zweier Behinderungen, sondern im Grunde ein gegenseitiges Verstärken von zwei Behinderungen, dass man dieses ausgleicht, soweit man so etwas ausgleichen kann, dass man Respekt hat für die Notlage, in der diese Menschen stecken, und dass damit auch besondere finanzielle Beschwernisse einhergehen, die zu mildern mit Geld durchaus möglich sind. Nicht die tatsächlichen Beschwernisse, das ist der Punkt, aber die finanziellen Mehrbelastungen, denen diese Menschen ohne jeden Zweifel ausgesetzt sind, können durch eine Verstärkung des finanziellen Ansatzes gemildert werden. Das ist, soweit ich aus dem Stand erkennen kann, mit den Leistungen, die Sie ansprechen, nicht der Fall. Ich will auch noch einmal darauf hinweisen, wir reden hier von 30 Menschen in Hessen. Lassen Sie es 50 sein, davon wird die Sache qualitativ nicht anders. Aber es sind 50 Menschen in einer ganz besonders schwierigen Lage. Deswegen erneuere ich unseren dringenden Appell, sich dieser Angelegenheit zu sagen, ohne allzu viel. Es geht hier überhaupt nicht um eine ideologische Frage, also überhaupt nicht, sich diesem Gegenstand zu nähern, nicht unter dem Aspekt, wer den Antrag gestellt hat, sondern wer Hilfe nötig hat, wie viel Hilfe ist nötig, was die angemessene Hilfe ist. Und dementsprechend auch nicht allzu viel juristische Bedenken und gesetzgeberische Bedenken walten zu lassen. Ich hoffe, dass wir auf dieser Geschäftsgrundlage im Laufe des weiteren Verfahrens zueinander kommen können. – Danke schön. Vielen Dank, Kollege Merz. – Das Wort hat der Abg. René Rock, FDP-Fraktion, von Seligenstadt. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Minister Grüttner hat die Eckpunkte des Gesetzes vorgestellt. Deshalb brauche ich es an dieser Stelle nicht zu wiederholen. Wir reden über eine kleine Gruppe von Menschen. Wir reden über rund 155.000 blinde Menschen in ganz Deutschland und über 500.000 stark sehbehinderte Menschen in ganz Deutschland. Für Hessen sind es deutlich weniger. Trotzdem hat diese Gruppe unsere Aufmerksamkeit. Eine Schnittmenge dieser Gruppe, das sind die Taubblinden, hat unsere besondere Aufmerksamkeit. Darum sind wir gespannt, wie jetzt im Rahmen der Diskussion über die beiden Gesetze aber auch die Frage, was in der Anhörung noch einmal von den Interessengruppen geäußert wird, wie auf die Argumentation von Minister Grüttner eingegangen wird, dass die Hilfestellungen aus einem anderen Bereich kommen sollen. Ich für meine Fraktion kann sagen, dass die Taubblinden sicherlich eine Gruppe sind, der man besondere Aufmerksamkeit widmen sollte. Die Vorstellung, in der Sinneswahrnehmung so stark eingeschränkt zu sein und eben nichts zu hören und nichts zu sehen, ist ein Umstand. Das betrifft nur eine Handvoll Menschen in unserem Bundesland, denen man besondere Aufmerksamkeit widmen sollte. Ich hatte auch den Eindruck, dass es da einen großen Konsens in den Fraktionen gab. Auch der Minister hat dem nicht grundsätzlich entgegenstand. Ich hoffe, dass wir im Laufe der Debatte vielleicht noch eine Lösung finden. Darum auch ohne besondere Kritik an dem, was jetzt von der Landesregierung vorgelegt worden ist. Das ist mehr mit der Technik der Anpassung auf Veränderung von bundesgesetzlicher Lage. Das ist alles in Ordnung. Da werden wir noch einmal in der Anhörung sehen, ob es vielleicht den einen oder anderen technischen Fehler gegeben hat. Aber die Frage, wie man mit der ganz kleinen Gruppe der Hauptblinden umgeht, wird sich sicherlich noch einmal die Debatte der zweiten Lesung widmen. Ich hoffe, dass das Gesetz ein klein wenig verändert und dann in der zweiten Lesung diskutiert wird. Dann ist, glaube ich, eine sehr breite Zustimmung zu diesem Gesetz möglich. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege René Rock. Das Wort hat Frau Kollegin Erfurth, Fraktion BÜNDNIS 90 Die GRÜNEN. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es sind ungefähr 13.000 Menschen, die in Hessen Leistungen nach dem geltenden Landesblindengeldgesetz bekommen. Das Blindengeld wird, wie der Name schon sagt, blinden Menschen oder hochgradig sehbehinderten Menschen auf deren Antrag ausgezahlt. Es ist einkommensunabhängig. Das heißt, der Anspruch besteht einfach so auf Antrag. Er soll den sehbehinderten Menschen trotz den visuellen Einschränkungen Teilhabe am täglichen Leben ermöglichen. Das ist eine pauschalierte Leistung, die die sehbehinderten Menschen entsprechend ihrer Bedürfnisse einsetzen können und für die man auch keine Verwendungsnachweise oder Ähnliches führen muss. Das kann zum Beispiel, so steht es in den entsprechenden Merkblättern des LWV, der erhöhte Fahrtaufwand haben, den behinderte Menschen haben, wie z.B. Taxikosten. Das können Aufwendungen sein, um Medien zu nutzen wie Blindenzeitungen oder Hörbücher und dergleichen ähnlicher mehr Bedarf, den man sich so vorstellen kann. Es ist gut, dass es dieses relativ einfache und unaufwendige Verfahren gibt, Menschen, die in besonderer Weise beeinträchtigt sind, in ihrem täglichen Leben zu unterstützen. Es ist auch gut, dass wir in Hessen in der Spitzengruppe der Bundesländer liegen, was die Höhe des Blindengeldes angeht. Damit kommen wir in Hessen, glaube ich, in einer guten Weise unserer besonderen Verantwortung, über die auch Herr Merz sprach, nach behinderten Menschen Teilhabe am allgemeinen Leben zu ermöglichen. Meine Damen und Herren, den Anlass für die Änderungen, die wir heute in den Geschäftsgang geben, hat der Minister beschrieben. Es ist das zweite Pflegestärkungsgesetz, das zum 01.07.2017 in Kraft getreten ist und dass die bisher gewohnten drei Pflegestufen, an die wir uns schon gewöhnt hatten, verändert worden sind. Wir haben jetzt fünf Pflegegrade, die zugunsten der behinderten Menschen den Pflegebedarf genauer erfassen, und wir haben auch eine Erhöhung des Pflegegeldes. Auch das ist gut, dass das auf Bundesebene so angefasst worden ist. Für uns in Hessen ergibt sich daraus Handlungsbedarf, weil nämlich das Blindengeld schon nach dem bisherigen Recht um Leistungen des Pflegegeldes gekürzt wurde. Es war bisher schon so, dass in der alten Pflegestufe 1 60 % des Pflegegeldes der Stufe 1 gekürzt wird, und in den anderen beiden Pflegestufen 40 % in der Pflegestufe 2. Das klingt jetzt erst einmal ein bisschen kompliziert, aber ich kann Ihnen versichern, im Steuerrecht gibt es wesentlich kompliziertere Mechanismen, wie man Anrechnungen vornehmen kann. Wenn man einen Moment darüber nachdenkt, macht es nicht besser, stimme ich Ihnen zu, Herr Rudolph. Aber es ist ein relativ überschaubarer Rechenmechanismus. Weil sich jetzt die Rechtsgrundlagen geändert haben, müssen wir auch das Landesblindengeld anfassen. Wir wollen in der schwarz-grünen Koalition erreichen, dass die Erhöhung des Pflegegeldes auch bei den behinderten Menschen ankommt, und nicht der Landesgesetzgeber durch die Hintertür der Kürzung des Blindengeldes wieder einsammelt. Deshalb ist der Gesetzentwurf der Landesregierung, der uns heute vorliegt, gut. Er gewährleistet das nach einer ersten Sichtung, und ich bin sehr froh, dass es so ist. Ich bin auch sehr dankbar, dass wir die Anhörung gemeinsam führen können. Da haben die Kolleginnen und Kollegen von der SPD zugestimmt, dass wir gemeinsam eine Anhörung machen können, dass wir beide Gesetze gemeinsam anhören, und dann mit Experten beraten, ob der Unterstützungsbedarf, den wir gemeinsam identifizieren, auch so ankommt, wie er sein soll. Ob wir für andere Menschen mit schweren Beeinträchtigungen weiteren Unterstützungsbedarf identifizieren, ob das nun Geld sein muss oder ob das andere Unterstützungsleistungen sind, das werden wir uns mit den Expertinnen und Experten in der Anhörung genau anhören, und dann werden wir weiter entscheiden. Für heute ist es gut, wenn wir das Gesetz in den Geschäftsgang geben. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Frau Kollegin Erfurth. – Das Wort hat Frau Kollegin Schott, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Minister, ich nenne das jetzt einmal ein bisschen traurig, um nicht enttäuscht zu sagen. Bei Ihrem Redebeitrag hier, als der SPD-Entwurf kam zum Landesblindengeldgesetz, haben Sie gesagt, wir müssen demnächst ohnehin die Anpassungen tätigen. Das heißt, wir haben es dann sowieso auf dem Tisch. Wir schauen uns dann an, wie wir das gut zusammenbringen. Da war so ein Anklang drin, wo ich gedacht habe, Sie nutzen die Gelegenheit, mit der SPD zu sprechen oder auch ohne ihnen überlassen, um das Anliegen, um das es hier geht, nämlich die taubblinden Menschen noch einmal besonders zu berücksichtigen, aufzugreifen, sich sozusagen die Gelegenheit zu nutzen und das einzufügen. Und damit dieses Thema, das wir hier seit Jahren vor uns hertragen, von dem Sie immer erklären, ja, für diese Menschen muss etwas getan werden, weil sie tatsächlich besonders benachteiligt sind, dem so anzunehmen, dass es dann vom Tisch wäre und Sie hier niemand mehr Piesacken braucht, dass Sie sich endlich darum kümmern, dass diese Menschen auch den notwendigen Ausgleich monetär erhalten. Das wäre eine gute und günstige Gelegenheit gewesen. Sie hätten den Gesetzentwurf der SPD abräumen können. Das Land wäre nicht daran pleite gegangen. Sie hätten sich das Wohlwollen der Verbände eingehandelt. Das wäre auch eine strategisch gute Entscheidung gewesen. Wir hätten alle nur sagen müssen, die Regierung hat es begriffen, und sie macht es klasse, und wir hätten Beifall klatschen müssen, wir hätten zustimmen müssen. Sie hätten wirklich gepunktet, und das für ein so kleines Geld, dass es nicht der Rede wert ist, haushalterisch betrachtet. Das wäre Ihre Chance gewesen. Sie haben sie gerade vertan. Ich kann es nicht verstehen. Ich kann nicht verstehen, warum Sie an der Stelle, wenn Sie heute Morgen von Respekt reden, immer wieder bekennen, dass diese Menschen einen hohen Bedarf haben, dass sie besonders benachteiligt sind durch diese doppelte Behinderung, die sich nicht addiert, sondern die es noch schwieriger macht. Wenn Sie das alles immer wieder anerkennen, ist nicht nachzuvollziehen, warum Sie an der Stelle dermaßen uneinsichtig, unempathisch, verständnislos und stur agieren, als Minister, in dessen Amt Soziales steht. Das ist nicht nachvollziehbar. Für mich nicht und für die Menschen da draußen im Land, wenn man mit Ihnen darüber spricht, auch nicht, und zwar für niemanden. Nicht für die Betroffenen, nicht für die nicht hörenden Menschen, nicht für die nicht sehenden Menschen, nicht für deren Familienangehörigen und allen anderen auch nicht, denen man den Sachverhalt erklärt. Sie bringen sich hier in eine Position ohne alle Not, die Sie eigentlich nicht nötig hätten. Ich kann es nicht verstehen. Wir bleiben dabei zu sagen, man muss das endlich einführen. Ich sage es noch einmal. Ich werde es auch gerne bei der nächsten Lesung noch einmal sagen. Wer es denn nachvollziehen möchte, wie es den betroffenen Menschen geht, der lese Hannah Green. Es gibt zu dem, was Sie zu den Formalien des jetzt eingebrachten Gesetzes gesagt haben, nichts weiter zu erwähnen. Das muss man einfach abarbeiten. Das gehört auch zu unseren Aufgaben. Das müssen wir halt so tun. Wenn Sie nicht willen sind, mehr zu tun, tut mir das herzlich leid für Sie. Aber es tut mir noch mehr leid für die Betroffenen. Vielen Dank, Frau Kollegin Schott. – Das Wort hat der Abg. Reul, CDU-Fraktion. Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir haben heute eine kurze, aber interessante Debatte zum Landesblindengeldgesetz gehört. Ich bin dem Minister sehr dankbar, dass er dieses Gesetz heute eingebracht hat, weil es ein wichtiges Gesetz ist und einen wichtigen Teil für die Zukunft regeln soll. Wir haben – das wissen wir, weil wir im Januar schon diskutiert haben – den Gesetzentwurf der SPD vorliegen. Wir haben jetzt den Gesetzentwurf der Landesregierung vorliegen. Wir werden im Ausschuss gemeinsam eine Anhörung haben und dann auch an der Stelle noch einmal die Dinge, die heute vorgetragen worden sind, von Ihnen, Herr Merz, und eben gerade von Frau Schott noch einmal zu bewerten, zu gewichten haben und einfach einmal zu schauen, wie die einzelnen Argumente dort doch noch anzubringen sind. Ich will aber trotzdem noch einmal erwähnen, weil Sie den Punkt der Taubblindheit heute noch einmal ganz zentral in den Fokus gesetzt haben. Wir haben in der Diskussion im Januar schon gemeinsam darüber gesprochen, dass es natürlich auch andere Gruppen von Behinderungen und Einschränkungen gibt, die an dieser Stelle, wenn wir nur die Taubblinden herausgreifen, dann auch im Zweifelsfall einer weiteren Bewertung genügen müssen, und die dann auch anzusprechen sind. Deshalb sind an dieser Stelle auch verschiedene Zahlen in der Diskussion. Die einen sagen, es sind 30 Fälle, es sind 70 Fälle, andere sagen, es sind 200 Fälle. Wir wissen also nicht genau, wie groß die Personengruppe jetzt ist, über die wir hier diskutieren. Aber ich glaube, davon werden wir auch in der Anhörung noch etwas mehr erfahren. Ich glaube, es ist klug, wenn wir uns gemeinsam in Geduld üben und dann die Anhörung mit einer gewissen Transparenz und Konsequenz führen und uns an dieser Stelle einklinken können. Ich will kurz erwähnen, wir haben natürlich auch im Bereich der Taubblinden gewisse Hilfeleistungen. Meine Kollegin Frau Erfurth hat es erwähnt, im Bereich der Steuern sind gewisse Möglichkeiten gegeben, im SGB IX und im SGB XI in der Eingliederungshilfe. Auch in anderen Bereichen gibt es in der Assistenz oder bei den Hilfsmitteln, dass dort schon gewisse Möglichkeiten der Vergünstigung sind. Wir müssen es insgesamt bewerten. Wir müssen es insgesamt in den Zusammenhang stellen, auch gegenüber anderen Gruppen, die an dieser Stelle unter Behinderung leiden. Ich glaube, das ist der gemeinsame und sehr positive Aspekt, den wir heute an dieser Stelle festhalten können. Ich spüre einen großen Konsens zum Thema Landesblindengeldgesetz. Ich glaube, wir werden dies, wenn wir das in der Anhörung gehabt haben, gemeinsam mit großer Mehrheit verabschieden können. Wir werden uns noch über einzelne Details austauschen und unterhalten. Aber ich glaube, letztendlich liegen uns die Menschen, die hier in dem Gesetz mit der Regelung besser gestellt werden sollen, dass ihnen kein Nachteil durch die gesetzliche Änderung entsteht, sodass die Anrechnungssätze beibehalten werden, dass die Leistungen auch gleich bleiben und dass es transparent ist. Dies ist unser gemeinsames Anliegen, und dies ist unser gemeinsamer großer Konsens. Es ist sehr gut, dass wir dies in diesem Hause feststellen können. Deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich danke der Landesregierung für die Einbringung des Gesetzes und auch allen anderen Fraktionen für die konstruktive Diskussion, die wir zu diesem Punkt geführt haben. Ich freue mich auf die Anhörung im Ausschuss. – Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Reul. – Wir haben eine weitere Wortmeldung mehr. Wir überweisen den Gesetzentwurf zur Vorbereitung der zweiten Lesung an den Fachausschuss. Dann weise ich Sie darauf hin, dass jetzt die Veranstaltung 60 Jahre römische Verträge im Medienraum im Erdgeschoss herzlich dazu eingeladen. Ich unterbreche jetzt die Sitzung. Wir treffen uns wieder um 15 Uhr. Alles Gute. Kommen Sie wieder. Die nächste Sitzung ist vorerst einmal unterbrochen. Vizepräsidentin Heike Habermann Präsident Norbert Kartmann Vizepräsidentin Heike Habermann Vizepräsidentin Heike Habermann